moin hier stefan von nordmarsch ja heute ist wieder donnerstag youtube tag und das gesicht kennt ihr das ist nicole die kennt ihr von unseren werbeflyern und veranstaltungen die jetzt schon zweimal den schaukenmarsch mitgemacht hat nicole wie bist du zu nordmarsch gekommen ja das ganze war so das war eine schnappsidee meine freundin sprach mich an meine freundin sara im fitnessstudio sag mal hast du das schon mal was von gelesen die märsche die 100er oder 50er ja ich sag sicher ich hatte das auch schon mal ins auge gefasst aber hab da halt noch nie mich so dann im endeffekt ja mit auseinandergesetzt und da sagte sie sollen wir das einfach mal machen ja ich sag wir melden uns einfach mal an so ist das ganze entstanden ja schnappsideen sind ja eigentlich immer die besten ideen und wann hast du ich sag mal nur bei uns die hunderter oder machst du auch andere große veranstaltungen sieht man sich auch woanders man sieht sich durchaus auch woanders also ich bin ja deutschlandweit unterwegs und hab halt im moment durch die ganzen verschiebungen durch corona auch sehr viel am stück okay also wie wir alle im endeffekt die ganzen veranstaltungen vom anfang des jahres ja drücken dann quasi in die zweite jahreshälfte und dann sieht man sich ja doch irgendwie bisschen öfter genau das ist jetzt im september ganz krass und was hast du so an ausrüstung immer dabei bei den hunderter hast du viel dabei oder hast du da irgendwelche helfer die dir noch auf der strecke noch mal ein bisschen helfen was reichen oder wie machst du das also helfer habe ich eigentlich wenig dabei also gar nicht ich habe immer alles an bord bei mir es kommt immer auf die länge der strecke an bei den fünfzigern reicht mir ein lockerer hüftgürtel mit allem so was man braucht halt ein bisschen energie dabei und das ein oder andere pflaster und eine powerbank ganz wichtig und das handy darf natürlich nicht fehlen und bei den großen hundertern nehme ich dann halt den rucksack und da ist dann je nach übernachtung je nach wetter auch schon mal wechselkleidung drin ja das hört sich ja gut an ja wir werden ja in den nächsten videos auch mal zeigen was wir so dabei haben bei unseren größeren und kleineren strecken ja im endeffekt ich sag danke nicole und viel spaß gleich auf der strecke ja nächste woche ist wieder youtube tag und bis dahin viel spaß beim wandern